Einen Dodge Challenger V8 mit 7,2 Liter Motor, eine Shelby Cobra V8 von 1993 Replica, einen Buick 8 Zylinder Riviera von 1969. Ja, leider werden wir all das am Sonntag nicht sehen und zwar am Sonntag, 26. Mai um 15 Uhr ist das zweite E-Mobilitätstreffen in Bremen und der E-Mobilitäts-Stammtisch ist ja keine feste Gruppe, sondern da ist jeder dazu eingeladen, entweder hier aus der Gegend von Bremen in Norddeutschland oder egal woher. Ja, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, meldet euch aber bitte an und zwar unter Going Electric im Forum. Den Link schreibe ich hier unten in die Videobeschreibung und www.de seht ihr das auch eingeblendet. Also bitte vorher anmelden, Sonntag, 26. Mai, 15 Uhr. Wir würden uns alle sehr freuen, wenn ihr möglichst zahlreich erscheint. Lademöglichkeiten gibt es dort auch und ja, wir freuen uns auf euch. Vielleicht sehen wir uns. Macht's gut. Ciao. Ciao.